so ist mal voll machen wie mit dem glas ja das glas muss auch mal voll gemacht werden bevor du wieder panik hast ich werde nicht die angst vor die gläser hallo das ist glaube ich sogar eine wissenschaft wissenschaftlich bestätigte angst ja so wie die angst davor angst zu haben okay ich habe gedacht die slips reichen die gemacht habe ich glaube nein also ich habe auch jetzt meinen ersten stack schon durch ja ich habe noch zwei stacks und zwei slabs ja einen hatte ich also einen habe jetzt noch einen stack also einen kompletten ein angefangen wir werden wohl noch welche machen ja das glück ich du bist im übrigen auch jetzt aktuell der bauherr und sagst mir wie ich was machen soll nicht gut ja das problem ist dass ich da komplett improvisiert ich kann dir sagen dass hier nicht alles mit den slips bleiben wird dann werde ich den ein oder anderen austauschen aber erst mal aber auch nur den ein oder anderen eventuell sogar durchkoppeln ich habe jetzt gerade den letzten angefangen hast du schon wasser geblendet ja direkt an ecke man sollte nicht vor dem wasser strahl runter weil ich glaube der ist direkt an der kante und wie sieht er aktuell von unten aus wie eine riesige plattform monumental und auch flaps diese mache in der machen bin dabei ich habe schon das erste opfer von den blitzen mit gesehen sagt mir nicht irgendein bauwerk von uns doch nein das das dach vom von den stellungen da sind zwei blöcke weg wenn es nur zwei blöcke sind ist okay aber ja ansonsten hätte ich nicht so dass wir kaum mit holz gebaut haben ja ich denke mal ich habe jetzt ein ganzes inventar so ungefähr sollte für da oben sollte das reichen könnte knapp werden hi wie das aussieht wenn dir so ein pfeil entgegenkommt ja ich habe nur eine kleine lücke da hinten dafür ist die hier vorne umso größer aha meinst du die ganze handung aha ja genau die mein gott du hast jetzt eh diamanten zähne ist ja eh nichts mehr frei ja so eine kauleiste wie beim beißer vom james bond komplett aus diamanten statt aus eisen ja hallo eisen nutzt sich doch ab ja überlegen wir das oxidiert im mund ja gut musst du schon ein vr nehmen ja ich weiß nicht genau wer die hinterher läuft uns haben will auswilder ich hab dich gesehen wie du gerannt bist und darf ich dich kurz aufnützen sehen so ja ja also ich glaube hier hinten können wir ruhig machen wir erstmal anpassen können wir immer noch ja und werden wir auch ein paar mal müssen so wie ich noch uns kenne so ich hab schon mal vorgesaugt ne kackeln geplantet ja gut ich weiß gar nicht auf selbst spawn die viecher doch eh nicht oder eigentlich nicht aber ich weiß nicht ob auf den oder nur wenn ihr die unten sitzt naja das weiß ich jetzt nicht so wie machen wir denn den rand von dem balkon machen wir den ähnlich wie das andere geschiss die die mauer so gesehen die wir da oben haben also halt auch so ein block hoch zwei block hoch ein block hoch zwei block hoch du meinst praktisch ja den den zaun rum meinst du ja ja genau ja ich bin nochmal überlegen weil andere möglichkeiten vernünftigen zaun zu kriegen haben wir eigentlich nicht ne eigentlich nicht und ich weiß hinter mir ist ein zombie aber ich sehe ihn halt nicht ich höre ihn nur gib mir ein pfeil ich hab keine pfeile damit da war er habste bettel bettel aufs unsichtbare ninja ähm ja oder wir machen den komplett anders aber das sieht dann nicht mehr aus ja ja also dass du dann halt so arbeiten ne ups ja woher da die frage ist willst du das komplett aus Quarz machen woher ich den dann eventuell sogar schon aus äh treppen machen würde Quarztreppen sagst du so klein so kleinere zinnen hast dann praktisch mhm muss ich mich raten wir haben keine werkbank hier oben ich habe aber holz ok so jetzt ist es offiziell hier wird gebaut jetzt steht eine werkbank hier gucken wie das aussieht wenn wir das jetzt geht ein bisschen auf den sack dass ich die leute nicht sehe ne nochmal einmal reconnect vielleicht tryout kann natürlich auch jetzt an der neuen version liegen dass da irgendwas an übt die fällen übt die fällen übt die fällen trock tot haha nein hh 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 Jetzt weißt du, was du mit deinem Level machst. Ja, das waren ja nur 50. Egal, wir müssten sowieso noch mal ein Nether, der Quarz wird nie im Leben reichen. Ne gut, du hast ja so ein kleines Problem. Nö. Das war auch so mega komisch. Geh Nether, bau ganz normal den Quarz ab, alles. Und er greift mich so ein Vieh an. So völlig ohne Wund. Also ich wüsste nicht, dass ich einen geschlagen habe. Ja, das hört man ja auch. Ja, eben, das hatte ich nicht. Aber wenn das jetzt natürlich so ist wie bei dir, dass das Vieh unsichtbar war und mir in der Pitachs gerannt ist, dann... Ja, gut. Das ist natürlich dann richtig scheiße. Und da ist meine Hose. Meine José. José. Komm, die Pfeile bis unten an. Au. Ja, kommt. So, noch irgendwas vergessen. Au. Na, guck mal, bin schon wieder Level 7. Easy. Ja. Hallo. Das ist mir ja dämlich, wie das da aussieht, ne? Hui. Ah, wie geht die Luft aus? Aber wie sie sich das auch anhört. Plum, 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 plum. Au. Okay, ich kann mich selber damit treffen. Ja gut, du fängst halt nicht an zu brennen. Ja. Oh. Hi. Soll ich dann an den kleinen Dingern das so machen, oder? Ja. Das sieht so ziemlich genau gleich aus. Ja. Gold, breiter. Ja. Ja, wobei. Wenn, wenn ihr jetzt hier nimmst. Ja, ja gut. Ist auch so gesehen. Ein Block dann. Klar. Ja. Ja. Ich finde, das ist dann auch nicht zu hoch, wenn du jetzt hier zu deinem Volke sprichst. Dann hast du nicht so einen fetten Block vor der Fresse. Ich kann euch nicht sehen, aber ihr hört mich. Oh, ist mir bis da. Erde. Könnte es eigentlich schon mal... Mit der Treppe anfangen? Nee, ich... Das Gerüst unten drunter. Meinst du die Stütze so gesehen? Ich bin noch mal überlegen, machen wir das mit Stützen oder machen wir das komplett dicht? Also nach... Einfach gerade nach unten, oder wie? Nee. Warte, da habe ich irgendwas umgestellt zu zeigen. Meinst du so, oder? Das ist jetzt so gesehen der Berg. Warte, wenn das die Plattform ist. Und dann so ungefähr. Wieso machen? Ein bisschen abschrägen. Und ja, das soll rund sein. Soll rund sein? Ja, nicht perfekt, aber so ein bisschen konkav werden. Geil. Glaube ich. Konkav könnte geil werden. Konkav oder konvex? Konkav. Okay. Wenn das ausbohlt, sieht scheiße aus. Das heißt, ein Kreis nach innen. Ja. Ja, dann... Warte mal, ich bin jetzt auf Ebene 93. Das heißt, ich fange auf 92 an und ich fall runter. Bis ganz unten vom Berg, oder? Nee, ne? Boah, doch. Moment. Muss ich sehen, sonst. Ey, Hexe. Auf mich zu vergiften. Au, au. Oh. Oh, shit. Aua, aua. Ich bin noch mal. Und die nächsten Level sind weg. Nunu. Alter, ist das Ding groß. Holy fuck. Oh, ja. Also, ich glaube schon fast zu viel. Nee, ist nicht zu viel. Okay. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt wissen. Ah. Wo? Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Lass mich nicht sterben. Komm schon. Lass mich nicht sterben. Immer noch vergiftet? Ja. Holy shit. Okay, du bleibst beim halben Herz. Holy fuck. Das war knapp. Wo das Dach ist. Halleluja. Ich weiß nicht, ähm... ... Weitere. Ich weiß nicht... ... Und ich kann... Auch auf SAN Re audition. Ich kann... Das ist 사실...